Und herzlich willkommen zu einer neuen Runde... Okay, zur ersten Runde... Shotbow! Nee, nicht Shotbow, Smash! Auf Shotbow mit... Höh, Mia! Nee, mit... Tim! Tim hat sich ein bisschen Zeit gelassen. Ja, geil. Wir haben gerade eben schon eine Runde aufgenommen, aber die war scheiße, weil Tim irgendwie keine Sachen aufsammeln konnte. Die haben wir dann natürlich sofort abgebrochen. Der war gut. Ganz ehrlich, geh jetzt sterben. Ha ha ha. Oh ja! Ja, krieg halt noch eine Awesome Soup, ey. Ja, und ich lauf auch noch voll rein, ey. Tschüss! I won't like to get lucky. Won't like to get lucky. Du bist schlecht, du bist schlecht, du bist schlecht. Ich kann ja auch nicht dubbel, die Humpen! Ja, ich weiß, dass es Jumpen halt... Ja, genau! Genau! Ja, ja, ja! Das war ein Smasher hier. Oh, das Spiel ist Masha und er setzt einen Smasher ein. Und er läuft voll rein! Und er hat einen Jetpack! Genau! Ja, genau! Jetpack Cheater! Jetpack Cheater! Jetpack Cheater! Jetpack Cheater! Jetpack Cheater! Dazu sag ich nur GG! Oh, ein Pokeball! Oh, ja! Pokeball! Oh, ja! Oh ja, geil! Item Dealer! Tschüss! Wo bist du? Da! Wie bist du da hingekommen? I think it's a Fireflower! Das ist jetzt a Fireflower! Und das... Ich hab sowieso schon übermäßig viele, äh, Dinger, Tom. Äh... Ich weiß. Da bringst du ne Fireflower auch nicht... Dinger hast du sowieso. Ha! Feier hab ich gesagt! Und ne Fingerflower! Nein, du hast Dinger gesagt! Weil ich wusstest, wie das heißt. Nein! Was? Du hast euch ein Leben verloren. Das fällt mir jetzt gerade erst auf. Alter! Okay! Nein! Da hat er mich richtig hart ausgetrickt. Ja, schlecht! Wieso? Er hat mich tatsächlich noch getroffen, oder? Na ja! Ich hab vor dir Feuer gemacht, Mama! Mama! Lol! Ja! Was? 86 Knockback! Und ich flieg so richtig hart weg! Und du nicht! Nice one! Ja! Pff! Ja! Oh Gott! Weißt du, ich hasse diese Smash-Runden! Ja, ich liebe Smash! Nein, habe ich nicht gerade... Ja, ich widersprech mir nicht! Nein, nein, du doch nicht! Oh, mal wieder der Weste im Bogen! Ey, du hast einen von allen Versuchen getroffen! Nein! Ist das jetzt auch mal gut? Wie lange hält denn der Bogen? Könnte ich das mal kurz zusammen erfahren? Hä? Irgendwie gibt's diese Runde keinen? Keinen Ultra... Ne, wie heißt der? Oh, Shotbow doch! Heißt der? Ne, der Shotbow heißt der, glaube ich! Es laggt! Ja, Torben, du schiebst immer alles auf den Server! Ja, tu ich! Torben, Noob! Ich bin tot! Alter, wie der Ender! Ich hab dich so gesehen, wie ich nur richtig weggeflogen bin! Thank you for the Ender! Oh Mann! Immer diese Endermänner! Die sind so scheiße! Ok, gut, das sollte man jetzt vielleicht nicht so direkt sagen! Das meine ich auf jeden Fall! Du du du, der Hacker! Hier ist Knockback on! Alter! Das ist auch mal gut, ne? I think jetzt ist gut! Jetzt ist aber... Was bringt das super schief? Das bringt nichts! Das ist gerade da gekommen! Das kann einfach nur rumstehen! Mehr kann das nicht! Oh Mann! Was, ich hab gewonnen? Ja! Ja! Richtig schlecht! Er hat auch noch gewonnen, ey! Oh! Oh, ne! Oh, ne! Oh, ne! Nicht der schon wieder! Ich hab gewonnen! Wie schlecht! Just a crappy snow wall! Ach, schade! Ok, bis dann und tschüss! Vielleicht hängen wir auch noch ne Runde hinten dran! Mal schauen! Ok! Mal schauen! Vielen Dank.